Aber Respekt an deine Verlobte, für mich wäre es schwer, wenn meine Freundin alleine mit einem Jungen in den USA sein würde. Och, meine Fresse, Junge. Ja, naja, ich glaube, es ist gar nicht so leicht, da so eine gewisse Eifersucht oder irgendwie so eine gewisse Angst zu überwinden, oder? Hä? Was war das denn jetzt? Ich, guck mal, du bist wie, du könntest mein Sohn sein. Nein. Aber, aber auch hübsch. Trotzdem hübsch. Ja, so ein Hin oder Her. Ist nur eine Frage, wo du herkommst, ob das gesellschaftlich anerkannt ist oder nicht. Ich spiele doch mal eine Verabschung. Hey, Mann.